Die Headlines des Tages. Google baut auf Atomstrom, Wildtierunfälle wieder im Steigen und Nehammer trifft heute Kickl. Google will Atomstrom beziehen. Der Internetkonzern will angesichts seines steigenden Energiebedarfs infolge der KI-Entwicklung in Zukunft Strom aus kleinen Atomkraftwerken beziehen. Das Tech-Unternehmen unterzeichnete am Montag einen Vertrag mit dem kalifornischen Start-up Kairos, das diese sogenannten modularen SMR-Reaktoren herstellt. Die Technologie steckt jedoch noch in den Kinderschuhen und hat keine behördliche Zulassung, sodass die Konzerne derzeit auch auf bestehende Kernkraftanlagen ausweichen. Um den Strombedarf von Microsoft zu decken, soll das Atomkraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania wieder in Betrieb genommen werden. Dort hatte sich 1979 der schwerste Atomunfall der USA ereignet. KI-Anwendungen werden mit immensen Datenmengen gespeist, was den Strombedarf in den Rechenzentren der Konzerne in die Höhe schießen lässt. Tech-Giganten suchen deshalb weltweit nach neuen Stromquellen. 302 Personen wurden 2023 durch Wildunfälle verletzt. Acht Fallwildunfälle ereignen sich im Schnitt pro Stunde in Österreich. Über 69.000 Fälle wurden im letzten Jahr gezählt. Mit mehr als 55 Prozent sind Rehe betroffen, gefolgt von Hasen. In der Länderstatistik führt Niederösterreich. Mehr als 39 Prozent aller auf den Straßen getöteten Wildtiere starben hier. Besonders jetzt im Herbst wird es auf den Straßen wieder gefährlich. Wildtiere leiden unter vielerlei Faktoren, auch unter dem Klimawandel und seinen Folgen. Es ist überhaupt keine Frage, dass der Klimawandel die Habitat- und Biotopqualität unserer Wildtiere nachhaltig verändern wird. Das ist gemeinsam auch mit der Land- und Forstwirtschaft zu managen. Auch die ist betroffen vom Klimawandel. Und zu dritt, und so verstehen wir uns auch, müssen wir Richtung klimafitter Wald, neue Baumarten, vieles andere gemeinsam entwickeln, um hier die richtigen Antworten zu finden. In den letzten fünf Jahren wurden fast 1600 Menschen bei Wildunfällen verletzt. Sechs Personen wurden sogar getötet. Nehammer sprach am Nachmittag mit Kickl. Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotete ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl von der FPÖ die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren. Die Volkspartei will aber nicht mit ihm. Wo und wann genau sich die Parteichefs getroffen haben, behielten sie für sich. Am Mittwoch findet das Gespräch zwischen Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler statt. Am Donnerstag jenes zwischen Kickl und Babler. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. Über fünf ist für denτόt die Interview, damit dieses Interessen bindet ihr Monat und SPÖ-Chef will wieder December 2 bis 2019 sein. Es ist ein halbueses